So, meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum neuen neuen Video hier auf diesem Kanal. Knife, der Fußball-Chalk. Heute mit einem Spezial-Spezial-Thema. Das ist brandaktuell. Roberto Firmino. Passt er in die Bundesliga? Zu wem würde er passen? Welche Klubs sind die überhaupt an ihm dran? Und was sagen wir? Könnte er vielleicht nochmal in die Bundesliga zurückkehren? Darüber werden wir heute sprechen. Und ich würde sagen, die ersten ein, zwei, drei Sätze darf Felicio hier gerne machen. Ja, lasst uns über Firmino sprechen. Ist ja ein altbekannter junger Mann in der Bundesliga. Von daher, wenn so ein Spieler ablösefrei ist, dann dachten wir uns, müssen wir natürlich auch darüber sprechen, könnte der nochmal zurück in die Bundesliga kehren? Ich finde ihn ja sowieso als Spieler sehr, sehr interessant. Und der hat ja in England auch nochmal eine krasse Entwicklung gemacht. Wenn ihr jetzt bei Transfermarkt guckt, was sind denn da so die ersten Gerüchte, die aufkommen? Dann findest du da unter anderem Klubs aus Spanien, Italien wie Inter, Atletico und so weiter. Al Nasser, auch wieder Thema. Ich habe das Gefühl, bei jedem Spieler, der über 30 ist, der zu haben ist, wird jetzt Al Nasser erstmal als Thema gemacht aus den europäischen Top-Klubs. Und Gala ist sogar mit dabei, wie viel man dem Glauben schenken möchte. Ja, sei mal dahingestellt. Wir kennen ja, unsere Liebe geht raus an unsere türkischen Kumpels, wo schnell mal Gerüchte aufgemacht werden bei Transfermarkt dann. Aber wir dachten, warum nicht auch Bundesliga? Ja, was man da als Hintergrund wissen sollte vielleicht, er ist bei dem deutschen Berater Roger Wittmann in der Beratung. Was er jetzt auch nicht gerade dagegen spricht, heißt jetzt nicht, dass er deswegen zwangsläufig nach Deutschland wechseln muss, aber könnte ja ein Pluspunkt sein, warum man ihn dann doch wieder in der Bundesliga sehen könnte. Und wir wollten dann einfach mal darüber sprechen, ja, wo könnte der denn hinpassen und was ist denn realistisch? Also ich finde, er ist ein sehr, sehr cooler Spieler. Ich kann mich noch erinnern, damals bei Hoffenheim, oder korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube mich zu erinnern, dass als Hoffenheim mal in der Relegation war, dass er sogar das entscheidende Tor für den Nichtabstieg gemacht hat oder eines der entscheidenden Tore. Aber ich finde, er hat in England nochmal eine krasse Entwicklung gemacht vom Spielertypen her, weil damals war er eher so der technische, jetzt war er eher so der arbeitende Typ bei Liverpool. Wie siehst du ihn denn so als Spielertypen? Ja, erstmal muss ich sagen, bei Al Nasser handelt es sich tatsächlich um einen anderen Klub, der auch Al Nasser heißt. Ach, echt, ja? Ja, ja, es ist nicht der, den wir alle gerade kennen. Stimmt, es ist Vereinigte Arabische Emirate, stimmt. Ja, aber es ist tatsächlich auch wieder ein Al Nasser-Klub. Aber es ist ja auch schön, weißt du? Bei jedem Topspieler, der jetzt auf dem Markt ist, ist ein Al Nasser-Klub da. Ja, deswegen, es stimmt ja schon, was du sagst. Firmino, ich bin voll bei dir. Also erstmal hat er einen Riesensprung gemacht, finde ich, auch von der Bundesliga zur Premier League. Ich finde, bei Liverpool ist er wirklich ein absoluter Megastar geworden. Wenn man auch mal so in den letzten Jahren geguckt hat, wo dann so dieses magische Dreieck da war, bevor Mané auch noch gegangen ist. Ey, überleg mal, wie viele Jahre stand jetzt Mané, Salah und Firmino für Liverpool auch? Also klar, irgendwann hattest du dann auch bei den Gesichtern so Van Dijk und so weiter noch dabei gehabt. Aber das war schon so dieses, ja, so nach außen diese Marke Liverpool auch. Firmino, Salah, Mané. Und das hat einfach super gepasst, weil Firmino halt so vieles mit sich bringt. Er ist ja nicht nur jemand, der auch torgefällig sein kann, sondern jemand, der technisch unfassbar gut auch ist. Also er kann sehr, sehr viel auch mit dem Ball machen. Letztlich auch gerne mal fallen, um dann vielleicht auch die Flügel eben, denen mehr Raum zu geben und vielleicht auch den vorletzten oder letzten Pass zu spielen. Finde ich alles sehr, sehr interessant, was er so mit sich bringt. Sein höchster Marktwert war auch mal bei 90 Millionen, da habe ich nämlich gerade mal geguckt gehabt. Da muss man sich halt mal überlegen. Der hat damals Liverpool 41 Millionen Ablöse gekostet an Hoffenheim. Ja, das war schon krass damals. Das war mega, das war Saison 2015, 16, wenn man da immer so überlegt. Das war so die Zeit, wo es gerade anfing, dass alles so ein Stück höher ist an den Ablöse-Summen. Also das war 41 Millionen und dann für einen Spieler von Hoffenheim war schon ein großes Ausdruckzeichen. Es gab ja auch viele, die da vielleicht auch gesagt haben, ob das so passt. Schafft er eh nicht. Genau, richtig. Und hat es aber allen gezeigt letztendlich, muss man ganz klar so sagen. Jetzt ablösefrei spielt an sich. Auch jetzt, wenn man das mal sich so anguckt. Ich habe gerade mal geguckt, weil er jetzt wurde ja auch eingewechselt gegen Man U. und er hat von 25 möglichen Spielen 18 Spiele gemacht, 8 Tore und 4 Vorlagen. Also 12 Scorer in 18 Spielen und davon nur die Hälfte in der Startelf. Ist jetzt gar nicht mal so verkehrt in der Premier League mit 31. Sau, sau spannender Spieler, sau spannendes Profil. Ich finde, er hat ja vor allem nicht nur, dass er, dass nicht alle jetzt damit gerechnet haben, dass er diesen Schritt schafft, weil einfach Premier League auch nochmal ein ganz anderer Stil, ist, mich hat er in Hoffenheim vor allem eben dadurch erinnert, dass er eben diese technische Stärke hatte. Hatte da auch gute Statistiken und er ist ja relativ jung da hingekommen. Ich kann mich sogar noch erinnern, wenn wir gleich zu den Bundesligateams kommen, wofür er spannend sein könnte, dass er damals bei Bayern, also zumindest durch irgendwelche Pressemitteilungen im Gespräch war. Und am Ende hat er ja bisher auch nur für Hoffenheim und Liverpool gespielt. Und das, was du gerade gesagt hast, er ist ja nicht zwangsläufig der übelste Vollstreckerstürmer gewesen bei Liverpool, sondern, wie du gesagt hast, er hat sich fallen lassen. Er ist wie zu so einem Arbeiter mutiert da irgendwie. Er ist richtig wichtig gewesen für dieses magische Dreieck, was du gerade gesagt hast. Eigentlich, dass Salah und Manet überhaupt erst diesen Aufstieg schaffen konnten, weil die hatten ja häufig mehr Torbeteiligung oder mehr direkte Tore dann als er, weil er dann dafür eben gearbeitet hat, Innenverteidiger rausgezogen hat, ein kämpferischer Typ war, die letzten Bälle gespielt hat oder die vorletzten Bälle. Das war ja vor allem sein Job. Aber trotzdem, wenn man sich so diese Statistik anguckt, er kommt auf 354 Pflichtspiele für Liverpool und 108 Tore und 79 Vorlagen. Also ein bisschen mehr als jedes zweite Spiel in Scorer-Punkt. Aber er war eben extrem wichtig für diese extrem starken Außen bei Liverpool. Und auch dadurch konnte natürlich nicht nur Salah profitieren als auch Manet, sondern eben auch Robertson und Alexander-Arnold. Und deswegen müsste man mal überlegen, wo der da in der Bundesliga vielleicht hinpassen könnte. Weil wenn ich mir so überlege, bei Bayern, die suchen Stürmer, baggern die ganze Zeit an Harry Kane, ist natürlich ein Vollstrecker-Typ. Aber sie haben ja diese extrem starken Außen, wenn du dir das anguckst. Gnabry, Coman, Sané, Musiala kann da auch spielen. Dann die Außenverteidiger mit Cancelo, muss man gucken, wie es weitergeht, weil der spielt ja jetzt im Moment nicht, hat da ein bisschen Probleme. Aber Davis, vielleicht wäre das ja ein passender Klub und die würden sich so einen Spieler dann ablösefrei sichern, ehe sie dann vielleicht in zwei, drei Jahren dann so einen Top-Transfer für die nächsten zehn Jahre durchführen. Könnten sie auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld sparen. Müssten natürlich trotzdem ein üppiges Gehalt wahrscheinlich bezahlen. Gut, ja, das Gehalt auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, Firmino wird natürlich jetzt auch nicht jünger. Jüngers, 31, wird im Oktober 32. Ich glaube, dass wenn er nach Deutschland wollen würde oder wenn er sagt, ey, ich würde Deutschland nehmen, dann weiß er, glaube ich, auch, dass er ein Stück weit vom Gehalt runter muss. Aber wenn man sich das jetzt auch mal so anguckt, Mané hat es ja auch gemacht. Mané, muss man ja auch sagen, ist allgemein ja auch, weil Geld nochmal ein anderer Charakter. Der tut ja unfassbar viel auch für sein Heimatland und alles. Er selber nimmt ja gar nicht so viel von seinem eigenen Geld. Dennoch würde ich schon sagen, dass das auch für Bayern sprechen könnte. Ein Mané ist schon da. Mané und Firmino waren eine gute Kombi. Und Firmino ist eben dieser, weißt du, auch Lewandowski, wenn man sich jetzt mal zurück überlegt. Lewandowski wurde damals ja auch unter Kloppo auf die Zehen teilweise gezogen, damit der Spieler richtig stärker wird. Hat dann später davon total profitiert im Sturm. Und mit Firmino hast du eigentlich auch wieder so einen Spieler, der zwar nicht ganz diese Vollstreckerfähigkeiten wie ein Lewandowski hat, aber das bei dem Spielerischen auf jeden Fall mithalten kann mit einem Lewandowski. Und das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, das kann auf jeden Fall funktionieren. Stell dir jetzt mal vor, langfristig gesehen, hast du dann Firmino vorne und auf den Außen zum Beispiel, keine Ahnung, sagen wir jetzt wirklich Mané und Coman spielen da. Und dahinter Musiala. So, das ist ja brutal. Also so von der Vorstellung her ist das schon gigantisch. Und was ich gerade auch noch ganz interessant fand, eigentlich hat er ja auch in der Premier League das bestätigt, wo er in der Bundesliga auch aufgehört hat. Klar, wie gesagt, wir wissen ja auch, er hat tolle Tore aufgeschossen. Aber wie du auch gerade schon die Vorlagen aufgezählt hast, ist es ganz interessant zu sehen, in der Premier League hat er 249 Spiele gemacht und 79 Tore dabei erzielt. Jetzt von der Quote, wenn man sich das mal so merkt, in der Bundesliga hat er in 140 Spielen 38 Tore gemacht, also auch knapp 40, es ist gar nicht mal so viel anders. Er hat 80 Tore gemacht, also jetzt aufgerundet 80 Tore in der Premier League und 40 in der Bundesliga und 100 Spiele Unterschied. Also es ist so eigentlich wiederholt, weil er ja, jetzt muss man ja überlegen, von der Statistik ist es nicht viel anders, aber er ist eben ein viel wertvollerer, ein viel stärkerer Spieler geworden. Und das liegt eben an seinen technischen Fähigkeiten, an seinen Arbeiterfähigkeiten, dass er sich wirklich tief fallen lassen kann auch. Und ich glaube, es gibt auch so ein paar FIFA-Spieler da draußen, die den Move kennen. Firmino wurde dann irgendwann immer auch bei FIFA auf einmal auf der offensiven Acht eingewechselt, wenn man so gesagt hat, der bringt halt das so alles mit. Also diesen Kopfkino, diese Vorstellung, die sind schon da. Der hat auch ab und an, sogar mal bei Liverpool, ab und an, also hängende Spitze sowieso, aber ab und an auch mal offensives Mittelfeld gespielt, dass er jetzt dann einen neuen Klub sucht. Das hieß ja so, dass er Klopp darüber informiert hatte, also man wüsste gar nicht zu 100 Prozent, ob die das wollten, aber die Konkurrenz ist halt auch extrem krass jetzt. Er ist mittlerweile dann, wie du sagst, ab Oktober 32. Die haben jetzt mit Darwin einen geholt, der ja lange auch Kritik ausgesetzt war, aber der für mich auch ein krasser Stürmer ist. Da muss es halt irgendwann einen Klick machen. Vielleicht hat es gestern einen Klick gemacht bei diesem 7 zu 0. Also sie haben unfassbar viele Spieler. Rein theoretisch könnte auch ein Diogo Jota da im Mittelsturm spielen und so weiter. Deswegen macht er der Wechsel auch aus seiner Sicht Sinn. Und wie du schon gesagt hast, ich habe ja Mané gar nicht aufgezählt, weil ich gerade vergessen hatte, Mané könnte natürlich extrem davon profitieren, weil das muss man ja auch sagen, nicht nur wegen der Verletzungen. So richtig angekommen ist Mané noch nicht in der Bundesliga. Der macht zwar seine Tore, aber der macht nicht die entscheidenden und diese fast schon übermenschlichen Fähigkeiten, die er teilweise bei Liverpool gezeigt hat, mit diesen Schlangenmoves und so weiter, die kommen noch zu wenig zur Geltung. Und das könnte vielleicht eher der Fall sein, wenn du mit Firmino einen hast, der nicht zwangsläufig dieser übelste Zielspieler ist, weil das ihm nicht jeder zuarbeiten muss, sondern er ist derjenige, der die Räume schafft und auch die tiefen Bälle dann spielen kann. Wer eigentlich so kostet, wenn er jetzt die Leistung noch weiterhin so abrufen kann, was ich glaube, er hat ja auch in dieser Saison jetzt, wenn er gespielt hat, trotzdem seine Tore und Torbeteiligung gehabt. Wenn er die Leistung abrufen kann, wäre das auf jeden Fall kostenleistungsmäßig eigentlich schon interessant. Und was man auch nochmal sagen kann, dieser Roger Wittmann, der Berater von ihm, ist gleichzeitig auch der Berater von Shippo Mutting. Jetzt könnte man natürlich sagen, ist vielleicht schlecht, weil die haben ja gerade mit Shippo Mutting verlängert und er will ja, dass sein Schützling spielt. Aber ich meine, dass auf lange Sicht sowieso noch ein anderer Stürmer kommen wird, ist glaube ich auch klar. Und der Kontakt ist vielleicht schon da. Spricht auf jeden Fall nicht so krass dagegen dann, würde ich sagen, dass er in die Bundesliga oder zu Bayern kommen könnte. Plus, was ja da ganz wichtig ist, was man auf jeden Fall auch noch mitsehen muss, Shippo Mutting und auch dem Berater wird ja auch klar sein, dass in der nächsten Saison Shippo Mutting allgemein eher über die Backup-Rolle kommt. Dafür ist er ja eh zu Bayern gegangen. Also ich glaube nie, dass Shippo Mutting wirklich ernsthaft gedacht hat, ich bin jetzt bei Bayern und werde da Stammspieler werden. Sondern halt eben, nimmt nochmal ein gutes Gehalt mit, das zahlt Bayern ja trotzdem. Also international, klar, gibt es Vereine, die besser zahlen. Aber in der Bundesliga mit Abstand am meisten, wo er da noch kriegen kann und eben dann über die Backup-Rolle, das ist keine schlechte Position für Shippo Mutting. Und Roberto Firmino kann halt da zwei, drei Jahre so eine Baustelle auch schließen. Plus, wie wir ja gerade schon ein paar Mal auch angemerkt haben, er ist ablösefrei. Und da hat er sehr vielen Top-Spielern etwas voraus, was in dieser Bayern-Region überhaupt in Frage kommen würde. Und deswegen sage ich, das ist total ein Spieler, der absolut auch zu dieses Bayern-Schema passen würde. Weil die ja oftmals auch so Superstars oder so Megatypen, wenn die die bekommen haben, dann eher immer im späteren Herbst, sage ich mal. Und dann eben dann nochmal für zwei, drei, vier Jahre. Und da würde Firmino auf jeden Fall reinpassen. Wenn du das mal überlegst, wäre natürlich auch geil für die Bundesliga. Es wird immer von Harry Kane gesprochen, dass Bayern den vielleicht holen will. Aber über 100 Millionen ist dann doch zu teuer. Vor allem würde der auch nur gehen, wenn er nochmal einen krassen Gehaltssprung macht. Und der verdient ja bei Tottenham schon krass. Harry Kane ist auch nur zwei Jahre jünger. Ist natürlich ein völlig anderer Stürmertyp. Wobei, so anders ist er vielleicht gar nicht. Er ist ein sehr, sehr guter Abschlussspieler, Harry Kane. Aber er ist ja auch einer, der im Verbund zum Beispiel mit Sonn in dieser Doppelrolle ja auch sehr, sehr oft guter Vorlagengeber ist. Also vielleicht suchen die ja genau so einen Stürmertypen. Und darauf wird es halt ankommen, was sucht Bayern genau für einen Stürmertypen. Da war ja auch teilweise dieser Alvarez schon mal im Gespräch von City, weil der ja wahrscheinlich gegen Hauland keine Chance haben wird. Ansonsten in der Bundesliga, ja, wer würde da noch in Frage kommen? Ist dann halt irgendwann eine Geldfrage einfach. Zu Leipzig passt der ja einfach nicht. Also so eine Spieler verpflichten die ja eigentlich nicht in dem Alter. Dortmund, muss man gucken, mit Allaire. Ja, haben sie ja eigentlich einen super Stürmer, aber wenn der jetzt über Laufe der Rückrunde nicht irgendwann der Goalgetter wird, auch wenn es natürlich trotzdem gut läuft, ob die da nochmal nachbessern würden. Was würdest du bei Dortmund sagen? Bei Dortmund finde ich Firmino in einer anderen Rolle interessant. Und zwar weiß man ja, dass bei Reus die ganze Nummer am Wackeln ist. Wer weiß, was der im Sommer macht. Ob er vielleicht am Ende geht. Vertrag läuft ja auch aus, soweit ich weiß. Oder zumindest meine ich, dass der ausläuft. Kann er nochmal gucken. Ja, also ich meine, dass Reus ausläuft. Und dass der auch in einem Interview gesagt hat, dass es ja normal ist, dass man sich praktisch auch umschaut, informiert und so weiter. Und sagen wir mal, es würde ein Reus gehen. Und man würde sich da vielleicht ein bisschen anders aufstellen. Dann wäre natürlich ein Firmino auch ein krasser Spieler hinter dem Stürmer. Also praktisch als Hängenspitze. Und da passt er ja super rein. Das wäre eine Megabereicherung für die Bundesliga. Dortmund, klar, er müsste Gehaltsabstriche machen. Das ist so ein Thema, definitiv. Aber er wüsste auch, dass er zu einem Champions-Club geht. Dortmund ist auch international bekannt als Nummer zwei, praktisch hinter Bayern. Und die haben sich mittlerweile ja auch einen mega Ruf aufgearbeitet. Überleg mal, mit Bellingham haben die jetzt sowieso so einen riesen Fokus auf sich gezogen. Davor Haaland, davor damals Sancho. Ja, genau. Dembélé. Und deswegen, das ist so, Dortmund ist schon auch bekannt. Also manche unterschätzen das ja immer noch so ein bisschen. Aber ich glaube schon, dass das auch jemand Interessantes sein könnte. Weil, wie gesagt, sollte ein Marco Reus gehen, könnte Firmino, ein super Ersatz, ablösefrei sein für einen ablösefreien Spieler. Und auch da hat er wieder die Stärken über die Außen. Wenn man dann zum Beispiel über Außen mit Adeyemi und so weiter kommen kann. Also das ist ja wirklich das, von dem er profitiert. Wenn er dann sich fallen lässt und dafür dann die Außen in die Tiefe gehen können. Er kann die dann anspielen oder er spielt zu dem Spieler neben sich. Der spielt dann in die Tiefe, weil das Loch gezogen wurde durch Firmino. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Wird am Ende eine Preisfrage sein, wenn man, ich weiß nicht genau, was Firmino da verdient in Liverpool. Andersrum hat er den Vertrag, der jetzt ausläuft, der auch noch zu Zeiten unterzeichnet, wo man natürlich bei Liverpool auch schon sehr, sehr viel verdient hat. Aber wahrscheinlich nicht so viel, wie wenn jetzt ein neuer Stürmer kommt, den Liverpool unbedingt will. Also jetzt ist es ja nochmal extrem in die Höhe geschossen, was die Gehälter in England angeht. Und er muss wahrscheinlich sowieso verzichten. Selbst wenn er jetzt irgendwie nach Spanien oder Italien gehen sollte, werden die wahrscheinlich auch nicht ihm jetzt so viel Gehalt dahinter her schmeißen. Aber es ist ein sehr, sehr interessanter Spieler. Und 32 ist ja heutzutage kein Alter, wenn die sich fit halten. Kommt immer auf den Spieler an. Aber das ist nochmal der Unterschied. Also bei Harry Kane zahlen, würden Leute dann noch über 100 Millionen zahlen. Der wird auch 30 dieses Jahr. Und der ist ablösefrei zu haben. Also ich denke schon, dass sich da viele drum streiten. Atletico wäre natürlich auch interessant, unabhängig jetzt mal von der Bundesliga. Weil er ist halt zu diesem vorangehenden Kämpfertypen, sofern man das eben sein kann vorne in der Spitze, ist er eben geworden. Und das passt natürlich dann auch wieder zu Atletico. Ja, würde ich auch sagen, dass es allgemein die spanische Liga interessant sein könnte, auch aufgrund seiner technischen Fähigkeiten. Dennoch würde ich die Bundesliga, klar, bevorzugen sowieso, weil ich glaube, es wäre super für die Bundesliga. Ja, safe. Vor allem, wenn der nächste Premier League-Star so in die Liga kommen würde einfach. Wenn man mal überlegt, dass die Premier League ja immer wieder auch so, oder auch da immer wieder so Sticheln sind mit Bundesliga, Farmers League und so weiter. Wo ja Manet auch übrigens, ich glaube, letzte Woche erst die Bundesliga sehr, sehr krass verteidigt hat. Und da auch gesagt hat, von der Härte her findet er die Bundesliga genauso wie die Premier League. Also absolut vergleichbar. Sagt nur die Intensität, also dieses dauernde Anlaufen, das ist halt in der Premier League höher. Aber sonst kann die Bundesliga an allen mithalten. Das war sehr interessant, dass so jemand sowas auch mal sagt. Weil eben, ich glaube allgemein auch, die Bundesliga wird da teilweise einfach auch schlechter gesehen, als wie sie eigentlich ist. Und Champions League-mäßig sind wir eben auch immer vertreten. Oder immer dann auch mit dabei. Ja, und deswegen, also für mich persönlich würde, also ich würde mich freuen, wenn er zu Dortmund geht, weil ich das einfach super gerne sehen würde. Das fände ich echt mega geil, so Firmino hinter Haller und dann auf den Außen. Zwei junge Spieler mit Gittens und Adiemi vielleicht, wo man dann sagt, ey, die können dann von der Erfahrung in der Mitte profitieren. Und auf der anderen Seite kann Firmino vielleicht davon profitieren, weil er eben diese Geschwindigkeit gar nicht mehr selber so aufbringen muss, sondern die über Außen halt passiert. Ähnlich eigentlich, wie Götze jetzt bei Frankfurt spielt. Da ist er ja eher so dieser Denker und Dichter. Ja. Und nicht mehr so dieser quirlige Schnelle nach vorne. Ja. Und ich glaube, dass in so eine Region auch ein Firmino absolut passen würde. Aber was glaubst du denn, wenn man jetzt auch mal so guckt, das ist ja, also zumindest in zwei, drei Artikeln, wird immer mehr gerade von Serie A geredet. Glaubst du, dass das vielleicht auch so ein Ziel von ihm ist? Könnte schon sein. Ich meine, am Ende, er war ja jetzt, eigentlich ist er ja in dem Sinne relativ vereinstreu auch gewesen. Er war relativ lange bei Hoffenheim. Auch da gab es damals schon viele Angebote. Also da hätte er auch früher gehen können. Gut, Hoffenheim war damals auch noch ein bisschen, war dann teilweise auch noch mal ein bisschen erfolgreicher. Eine Saison hat er ja sogar um Abstieg gespielt. Also da hätte er ja auch früher gehen können. Und auch bei Liverpool ist er sehr, sehr lange geblieben. Gut, da war Liverpool auch zeitweise wirklich das Nonplusultra mit diesem magischen Dreieck, muss man sagen, auch international. Aber trotzdem ist er lange geblieben. Vielleicht ist es wirklich das Ziel. Jetzt war er in Deutschland, jetzt war er in England sehr lange, dass er dann noch mal was anderes am Ende seiner Karriere kennenlernt. Und da entscheidet er sich dann jetzt entweder für Spanien oder Italien. Ich glaube tatsächlich, dass es sogar am Ende so kommen wird und dass wir ihn nicht noch mal in der Bundesliga sehen werden. einfach nur aus dem Hintergrund, dass er noch mal was anderes sehen möchte, weil er nur in Europa in zwei Ligen bisher gespielt hat. Was ja eigentlich was Schönes ist. Ja, also finde ich auch. Ich bin am Ende sehr gespannt, wo er landen wird. Klar, wir müssen wahrscheinlich jetzt ein paar Zuschauer enttäuschen. Es werden wahrscheinlich nicht Werder. Nicht Werder und Werder. Ja, richtig. Aber wir brauchen ihn auch nicht. Ja, ich wollte gerade sagen. Man muss ja da auch nicht, also kann man auch sein lassen. Wenn er ihn nicht spielt. Ja, ich wollte gerade sagen, wen willst du rausnehmen? Das ist dann die Frage, weißt du? Wenn der Firmino reißt, wer soll denn raus, ne? Ja, das ist auch Kacke, muss man sagen. Da musst du ja auch wieder einen anderen Topverdiener verkaufen. Also ein, zwei vielleicht. Ja, ja, vielleicht. Das ist eventuell. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Ihr könnt ja mal gerne reinschreiben, wenn ihr, wo ihr Firmino seht. Was ihr glaubt, wo er am Ende landen wird. Ob die Bundesliga eine Chance hat. Und ich glaube, dass man am Ende nochmal ein wichtiger Punkt, wo ich auch sage, man erkennt ja das Gehalt noch von Hoffenheim. Also er hat ja damals auch in der Bundesliga so gespielt. Ich glaube, wenn er in die Bundesliga wechselt, weiß er auch, worauf er sich einleicht. Ja. Auch wenn er mehr verdient wird als damals wie bei Hoffenheim. Dennoch weiß er einfach, da sind Abstriche zu machen. Aber er kennt die Liga, er kennt oder weiß, welche Topvereine da sind. Bayern sucht einen Stürmer. Dortmund sucht eventuell einen Reusersatz. Also es könnten wirklich interessante Vereine für ihn sein. Leipzig glaube ich überhaupt nicht, weil eben dieser Aspekt, jung und weiter verkaufen und so weiter. Wobei, vielleicht sagt ja auch Eberl, ey, wir wollen einen Führungsspieler haben. Ja. Also, weißt du, das weiß man natürlich auch nicht. Aber da will ich ihn auf gar keinen Fall sehen. Da will ich ihn auch nicht sehen. Also das ist ja absolut kacke. Das muss jetzt nicht sein. Nee, ja, also das muss man mal so sagen. Ja, ich bin gespannt, was ihr sagt. Und die Schlussworte kannst du sagen. Ja, erstmal, was ihr sagt, wo er hingehen könnte und wo ihr ihn gerne hättet, würde mich auch interessieren. Unabhängig davon, was für ein Fan von welcher Mannschaft man ist, gibt es ja trotzdem manchmal so, oh, ich würde es cool finden, wenn der da hingeht. Habe ich öfter mal bei so Spielern, wo ich so sage, das ist jetzt nicht mein Lieblingsverein, aber ich finde ihn ganz cool und ich würde es cool finden, wenn der Spieler, den ich eigentlich eh mag, Wien für Mino dahin geht. Ich würde mich freuen, wenn er in die Bundesliga geht. Dortmund wäre natürlich richtig cool. Ja, aber ansonsten ist es mir dann eigentlich relativ gleich, ob er jetzt nach Italien oder nach Spanien wechselt, was nur sehr, sehr traurig wäre, wenn er wirklich am Ende zu so einem Klub gehen würde, wo er nur Geld absahnen will. Also sagen wir mal China oder Nahe Osten. Also das würde ich natürlich nicht, würde ich natürlich, ja, welches Al Nasser auch immer, würde ich natürlich jetzt nicht begrüßen und nicht gut finden. Bundesliga wäre mir dann doch am liebsten. Also wenn euch das Video gefallen hat, wir machen immer mehr, gerne auch immer Vorschläge von Videos rein. Wir werden in Zukunft, in naher Zukunft auch immer wieder mal Sachen austesten und gucken, wie das so bei euch ankommt. Und dann sehen wir ja, ob euch das gefällt, ob man das etablieren sollte, wie zum Beispiel auch, dass wir mal über die Champions League sprechen, vielleicht auch EuroLeague, wo ja auch interessante Spiele sind, unter anderem mit Freiburg-Juve, glaube ich. Dass man über solche Dinge spricht und ansonsten sind wir, ich weiß nicht, das Video werdet da wahrscheinlich heute sehen, am Dienstag sind wir wieder online auf Twitch und machen unseren wöchentlichen Talk jetzt immer dienstags. Nicht mehr mittwochs, immer dienstags. 21 Uhr dieses Mal bei mir und den gesamten Talk findet ihr dann natürlich nachträglich hier auch auf dem Kanal, also bitte gerne auch ein Abo dalassen, wenn euch der Content gefällt. Ihr könnt immer noch unter den ersten 1500 sein. Immer noch, ich weiß auch nicht warum, aber... Wundert euch nicht, wenn ihr dann wieder, ne, also... Wenn ihr dann wieder zu spät seid, dann beschwert euch nicht bei uns. So nämlich. Und wir haben wahrscheinlich morgen auch einen Gast dabei, kann man mal so schon mal sagen. Ja, eventuell vielleicht, ihr werdet es sehen, ihr werdet es dann sehen, wenn ihr einschaltet. Bis dahin. Richtig. Ich habe immer noch einen Job. Stopp. Jetzt mache ich Stopp. Haha. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.